Hallo und guten Mittag aus Berlin. Es ist Samstag, der 19. Dezember um 13.49 Uhr. Auf meinem Bett sieht man einen Wust an Sachen. Ich habe am Freitag, also gestern, angefangen, mein Schlafzimmer ein bisschen auszumüllen und das wird sich wahrscheinlich noch bis Sonntag hinziehen. Ich muss mein Bett auch heute Abend freiräumen, weil ich ja irgendwo schlafen möchte. Ich komme gerade zurück aus Hannover und bin erstaunt, dass die Bahn heute mal pünktlich war. Also die Abfahrt hat sich zwar um fünf Minuten verzögert, aber wir waren punktgenau um 13.07 Uhr am Berliner Hauptbahnhof und dann bin ich schnell mit dem Bus nach Hause gefahren. Ja, werde jetzt schnell noch den Tisch hin und her schieben und dann müssten so ab 14.00, 14.30 Uhr die Leute hier eintrudeln zum DSA-Spielen. Wir spielen heute das letzte Mal in diesem Jahr sehr wahrscheinlich DSA und ich freue mich schon drauf. Ich habe einen neuen Charakter, den ich ausprobieren kann. Jermaine hat auch einen neuen Charakter. Und dann schauen wir einfach mal, was der Nachmittag so mit sich bringt. Der Abend in Hannover war sehr schön. Die Hinreise war wieder, nun ja, mit 40 Minuten Verspätung angekommen. Aber was soll's, ich hatte es ja sowieso nicht so eilig und war ja relativ früh da. Und wir haben gestern drei Filme geschafft, haben selber Abendessen gemacht. Es gab so einen Rinderschmorbraten und dazu gab es Klöße und Rotkohl. Das war ganz lecker und bis um 1.30 Uhr haben wir, glaube ich, oder bis 1.15 Uhr haben wir Filme geschaut. Und heute um 9 sind wir dann aufgestanden, haben gefrühstückt und um 11 war ich dann auf dem Weg zum Bahnhof. Hab glücklicherweise auch eine Fahrkarte gelöst, denn in Hannover gibt es auch Fahrkartenkontrolleure. Und die 1,50 waren damit gut investiert. So, ich freue mich jetzt auf einen schönen Samstag, Nachmittag und Abend. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und melde mich dann morgen Vormittag am 4. Advent wieder. Also dann, kommt gut durch den Tag und genießt das wirklich schöne Wetter. Es sind ja, glaube ich, 12 Grad, Sonne, blauer Himmel, gar nicht winterlich irgendwie oder weihnachtlich. Nun ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Bis dann!